Andreas, 37 Jahre, bin bei der Freiwilligen Feuerwehr hier in Neuölf. Löschen, bergen, retten, schützen. Sollte eins der großen Themenboten Leck schlagen, dann pumpen wir uns den Pumpen aus oder schleppen wir es ab und bringen es dann in Sicherheit unter das Wasser raus. Die Stimmung, die Atmosphäre, die auf der Masse herrscht und einfach auch den Leuten das Gefühl geben, dass jemand da ist, wenn sie in Not sind. Glücklicherweise nicht. Respekt geben uns Einsatzkräfte und wenn mal eine Notlage ist, uns Platz machen, unsere Arbeit machen lassen, damit der Personenstärke geholfen wird. Ich wünsche allen Teilnehmern viel Spaß am Schwermontag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020